Moderne Traktoren sind die ultimativen Zug- und Antriebsmaschinen der Landwirtschaft. Hochspezialisiert und unverzichtbar. Allein die Ausmaße sind beeindruckend. Ein in Deutschland gängiger Traktor ist an die 5 Meter lang, 2,5 Meter breit und über 3 Meter hoch. Mit einem Gewicht von satten 7,5 Tonnen ist er kaum aufzuhalten. Ihre Kraft können Traktoren dabei auch über hydraulische Systeme an andere landwirtschaftliche Geräte übertragen. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Landwirtschaft. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen der Fahrer in einer offenen Kabine sitzt. Die moderne Traktorenkabine bietet nicht nur digitalen Bedienkomfort, sondern dem Fahrer auch Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, einen gefederten Sitz und sogar eine Kühlbox. In Europa dürfen Traktoren im Straßenverkehr maximal 40 Kilometer pro Stunde fahren. Die zulässige Höchstlast inklusive Beladung beträgt 40 Tonnen. Modelle mit Elektromotoren gibt es im Moment nicht. Ein neuer Traktor ist ab etwa 150.000 Euro aufwärts zu haben. Traktoren, gigantische Maschinen und für die Bauern schon immer ein friedliches Symbol ihrer Macht. 单 Mal,igantische Maschinen und für die Bauern schon einmal einfalls traktoren. Der Ange zehn